Tiefenentspannung, das war einfach echt total wie in einer anderen Welt. Also besonders gut hat mir das gefallen, diese Beinmassage, dadurch dass ich regelmäßig laufen gehe. Diese Wadenmassage war echt einfach pure Entspannung und dann, wenn man dann nach unten gegangen ist und in diese Liegeposition gekommen ist und in dem Moment, dass das dann hinten im Rücken warm wurde, das war einfach, als wäre man in einer anderen Welt, man konnte einmal komplett abschalten und auch das Flackern im Gesicht war einfach total schön. Das schönste ist, denke ich mal einfach, dass das mal eben ganz spontan und schnell machbar ist, dadurch, dass das hier am Anhänger ist. Man kann mal eben zum Arbeitgeber hinfahren oder zu irgendjemandem, zu einem Interessenten hinfahren und sich mal kurz für 20 Minuten in eine ganz andere Welt versetzen lassen. Echt klasse. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.